Hallo Leute, wie ihr vermutlich noch nicht wisst, oder vielleicht auch schon, ist auch egal, wurde der Kanal von mir gesperrt, German Let's Play wurde gekündigt, weil, ist auch egal, wenn ihr wissen wollt warum, geht einfach auf den Kanal German Let's Fail, F-A-I-L, hier einfach oben eingeben, dann kommt ihr auf den neuen Kanal. Äh, ich bin noch da Leute, ich werde auch weitermachen, die Videos wurden gelöscht, warum ich gesperrt wurde, könnt ihr in diesem Video hier sehen, German Let's Plays Ende, guckt da einfach mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt, ähm, das war's auch schon, ich wollte nur sagen, dass ich nicht aufgehört hab, ich bin noch da, German Let's Fail, F-A-I-L, Schuss, wir sehen uns dann bei den nächsten Let's Plays. Let's Repeat Let's feast Let's Break Let's Let's patiently Let's Vielen Dank.